Hi Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ganz einfache Übung heute, egal wie es Wetter ist, egal wie kalt, wie warm, ob es regelt oder nicht, zieht euch eine Jacke an, ob es eine Regenjacke ist, schnappt euch eure Family und geht draus hin spazieren. Ihr solltet euch nicht in großen Gruppen mit Freunden treffen und die anhusten, geht einfach spazieren. Ihr könnt auch mal joggen, je nach Niveau, Ränder, Kilometer oder vielleicht auch nur 30 Sekunden, aber geht raus. Es könnte sein, das ist das letzte Maß, das wisst ihr selber, je nachdem, was hier alles kursiert, nutzt den Samstag, um mit eurer Familie draußen zu sein, frische Luft zu schaffen. Also die Strecke so lange wie möglich halten, joggen, wenn ihr könnt, dann eine Minute gehen oder 30 Sekunden joggen und 10 Minuten gehen, je nachdem nach Leistungsniveau. Aber haltet euch so lange wie möglich jetzt am Samstag nochmal eine frische Luft, aber in kleinen Gruppen innerhalb eurer Familie. Viel Spaß, bleibt stark, ciao.